und hier ist ein neues video vom regenbogen scharf das 15 abonnenten special mit neuem intro ja servus leute heute gibt es ein neues ein bisschen anderes video und zwar habe ich mir gedacht hatte drachenlord ja so geile intros basteln kann das versuche ich auch mal ihr seht hat mein regenbogen scharf jetzt neue verschiedenfarbene flammen und einen hammer das ist wahrscheinlich der hammer von tor um den hals hängen ja ziemlich mystisch alles ihr wisst bescheid auch der tod hat abstand von mir genommen als ich ein kleines kind war bisschen dicker bin ich geworden aber das ist ja relativ normal als mädler ja was gibt es heute im video zu sehen achtung grafischer effekt ja zuerst etwas zum märchen da ist da habe ich nämlich einiges vor mit euch dann werde ich irgendwann mal meine rampe zeigen weil er ist der drachenlord macht es auch regelmäßig und was der kann kann ich schon lange dann werde ich gegen lach schon und das bbv gewinnen und ich werde in zukunft vielleicht noch geilere intros basteln ich weiß es noch nicht dennis hat ja auch einige gute intros am start aber ja mit jeder kann so gut sein wie die beide ja was würde ich sonst noch sagen jemand hat gefragt ob ich koch bin nein ich bin leider kein koch ich wäre es gern aber leider hat es bei mir nur zum lastwagen fahrer gereicht und ja so ist das leben so weit so gut so viel von mir bis dann euer regenbogenscharf